hallo zur heutigen outfit inspiration und heute haben wir den frühling mitgebracht also das outfit für den frühlingstypen und wir werden heute mal ein bisschen wir gehen heute mal ein bisschen ins legerer outfit es gibt einen hoodie so viel sei verraten weil man kann es ja nicht ganz erkennen also bleibt dran ich erkläre was zu hoodies und da kommt noch ein bisschen mehr wir haben als hosenstoff einen jeans in diesem schönen braun ton raus gesucht in diesem mittel braun also es ist ja eher so ein bisschen latte macchiato karamell wie auch immer also so ein bisschen im kaffeeton und du könntest dir aus diesem jeans stoff sehr sehr gut zum beispiel die hose isa von schnittmuster berlin die besonderheit an dieser hose ist dieser diese schräge naht im vorderen bereich dazu wird sie dann geknöpft und diese schräge naht im vorderen bereich das ist immer so ein kleiner eyecatcher das lässt sehr schlank erscheinen also gerade alle diejenigen die ein wenig breite hüften haben breite oberschenkel haben sehen in dieser hosenform meistens sehr sehr gut aus weil diese diese linienführung natürlich den blick anders lenkt also das ist wirklich so ein kleiner figur schmeichler mag ich immer sehr gut empfehlen sieht wirklich toll aus und das könntest du sehr gut aus diesem stoff nehmen und nun kommen wir zum hoodie wir haben auf basis des schnittmusters raglan sweater von kibadu diesen hoodie geplant natürlich kannst du auch alle anderen hoodie schnitte dafür verwenden und zwar haben wir hier unseren bekannten french terry sweat in der farbe salmon also in einem schönen lachs rosa genommen und haben überlegt wie wir den jetzt nun so schön pimpen dass es für frühlingstypen gut aussieht und ich glaube das ist uns ganz gut gelückt wenn wir haben hier einen schönen jersey raus gesucht einen baumwoll jersey mit einem ja einem tollen blätter muster da haben wir also ein bisschen unsere jahreszeit den herbst ist gerade aufgegriffen obwohl das outfit ja für frühlingstypen ist und das könntest du sehr sehr schön in die kapuze rein machen ich halte mal hier so hinter dann kannst du es ganz gut erkennen die wäre dann quasi mit diesem stoff ausgekleidet der hoodie selber in diesem schönen lachs rosa dazu haben wir eine ganz ganz tolle kordel rausgesucht die ist ein bisschen mehrfarbig da kommt halt das rosa drin es kommt ein bisschen dieses beige sandige von der hose wieder drin vor also greift das sehr sehr schön auf und du könntest sehr schön ein bündchen in diesem terracotta ton mit dran setzen dann hast du da auch noch mal die farbe wieder aufgegriffen ja dieses ganze dieser ganze hoodie haben wir für dich auch direkt als paket zusammengestellt so es gibt nämlich im shop neu wieder materialpakete da sind wir dabei noch einige vorzubereiten aber einige haben wir auch schon eingestellt und wir haben mit dem thema hoodie begonnen also hoodie pakete sind jetzt im shop der vorteil für dich ist ganz einfach du musst überhaupt nicht mehr lange suchen du klickst nur noch da drauf wenn dir dieses gefällt und bekommst halt das fertige paket das ist berechnet auf grundlage des raglan suiters von kibadu und zwar bis größe 42 das heißt wenn das paket für dich nicht ausreicht kannst du aber trotzdem ganz einfach dir das im shop ansehen denn wenn man im artikel dann weiter nach unten geht dann sieht man genau dieser artikel besteht halt eben aus diesen einzelstoffen und die einzelstoffe sind dann natürlich im shop auch anklickbar und du kannst dann genau deine individuellen mengen bestellen und das paket also mit diesem komponent für dich ganz einfach zusammenstellen das geht also genauso einfach wie direkt klicken ja ich hoffe dir gefällt es auf jeden fall das outfit und dir gefallen unsere hoodie pakete und wenn dem ganzen so ist dann verrate ich dir jetzt noch so einen klitzekleinen tipp schau heute unbedingt unbedingt in unseren feed vorbei denn wir haben dann noch eine überraschung vorbereitet und die werden wir im laufe des tages heute veröffentlichen also schau rein und lass dich überraschen bis dahin liebe grüße